Städtetrip im Herbst. Stilbewusst Sightseeing mit einem Mix aus luftig und warm. Der Sommer ist vorbei, aber das Tolle für mich im Herbst ist, man kann reisen und man kann in verschiedene Städte fahren. Das Schwierige ist immer so ein bisschen das Einpacken. Was nehme ich eigentlich mit? Weil in der Früh ist es dann meistens kalt und untertags wird es mega heiß. Deswegen finde ich immer ganz herrlich den Lagen- oder auch Zwiebellook genannt. Da kann man sich hier einfach ganz leicht entledigen und ist gewappnet für einen heißen Tag in der Stadt. Hot in the City. Das ideale Material dafür ist Seide, denn die kühlt. Praktisch bequem sollten die modischen Reisebegleiter sein. Jetzt gibt Military den Ton an. Ein Parka mit funkelnden Details lässt sich stylisch in die Herbstsaison einchecken. Flugzeug, Taxi, U-Bahn, viele, viele, viele Kilometer, die man zu Fuß geht. Beim Reisen finde ich deswegen ganz, ganz wichtig, dass die Teile, die ich an habe, praktisch sind, dass sie schön sind und dass sie vor allem nicht zerknittern. Dieses T-Shirt hier ist eines meiner absoluten Lieblingsteile, weil es total knitterfrei ist. Faltenfrei, sorgenfrei. Im Zimmer angekommen, sich wieder wohl in seiner Haut fühlend. Mit einer Mustermix-Weste, die man auch als Schal tragen kann. Den modischen Unterschied zwischen Day- und Night-Outfit beim Reisen machen oft nur die Details. Patches zum Anstecken geben dem Businessblazer Glamour. Dezente Farben wie Nude lassen die Pailletten beim Ausgehen in der fremden Stadt im richtigen Licht funkeln. Ich liebe es ja zu verreisen, aber ich hasse es zu packen, wobei es sich wirklich auszahlt, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, weil wenn man Teile einpackt, die man gut kombinieren kann, dann spart man sich jede Menge Platz im Koffer und kann neue Sachen einkaufen. Ich habe zum Beispiel dieses Teile, das ist eines meiner Lieblingsstücke, das kann man total gut kombinieren. Das schaut zum Beispiel zu einem Paillettenrock und zu einem schwarzen Bläser wahnsinnig gut am Abend aus. Das kann man aber auch einfach mit einer Blue Jeans und einer Lammfelljacke unter Tags tragen. Trendig und vielseitig einsetzbar, das Bell-Gelais. So wird die Stadt bei jedem Wetter unsicher gemacht. Gestrickt mit eingenähtem Fell, mit einem dicken Snoots-Schal kann man auch das bodenlange Sommerkleid im Herbst ausführen. Mit dem Lagenlook aus Seide, Strick und Fell perfekt angezogen für einen stylischen Überblick über die Stadt ihres Reiseziels. Untertitelung des ZDF für funk, 2017